Geschäftsidee, Thema 8, Telltberuf, über ein Thema sprechen. Ich habe das Thema Selbstdigkeit gewählt, weil es mein Traum seit meiner Kindheit ist, mein eigenes Modegeschäft zu eröffnen. Schon als Kind war ich von Kleidung und Mode begeistert und habe mich mit kreativen Ideen beschäftigt. Ursprünglich dachte ich daran, ein Geschäft zu eröffnen, das alte Kleidung in neue, trendige Stücke umwandelt. Diese Idee entstand in meiner Kindheit, als meine Mutter mir oft schöne Kleider kaufte, die ich liebte. Doch als ich größer wurde, wurden diese Kleider alt oder gingen kaputt. Meine Mutter behielt sie jedoch, weil sie sie nicht wegwerfen wollte, und ich selbst wollte sie auch weiterhin tragen. Damals dachte ich oft, dass es toll wäre, wenn jemand meine alten Kleider umgestalten könnte, sodass sie wieder wie neu aussehen und dabei meine eigenen Designideen einfließen lässt. So entwickelte sich in mir früh das Interesse an Abzykling und nachhaltiger Mode, was ich nun zum Kern meines Geschäftsmodells machen möchte. Mein Geschäft würde sich auf die Umarbeitung und das Abzykling von älteren Kleidungsstücken spezialisieren. Kunden können ihre Lieblingsstücke mitbringen, die wir dann nach ihren Wünschen oder mit kreativen Designvorschlägen auffrischen und umgestalten. Dies kann das Hinzufügen von neuen Stoffen, Mustern oder Accessoires umfassen. Neben Abzykling möchte ich auch klassische Reparaturdienste anbieten, um die Langlebigkeit der Kleidung zu fördern. Statt neue Kleidung zu kaufen und ältere Stücke wegzuwerfen, bietet mein Unternehmen eine kreative, nachhaltige Lösung, die den Wert und die Geschichte der Kleidung bewahrt. Meine Zielgruppe umfasst Mode- und umweltbewusste Menschen, die Wert auf Individualität und Nachhaltigkeit legen. Mit diesem Konzept möchte ich meinen Traum verwirklichen und gleichzeitig einen Beitrag zu einer nachhaltigeren Modewelt leisten. Die Verbindung von Kreativität und Nachhaltigkeit ist das Fundament meines Geschäfts und ein Herzensthema, das mich schon mein ganzes Leben begleitet. Damit komme ich zum Ende meiner Präsentation und bedanke mich bei Ihnen ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit. Ich hoffe, dass ich Ihnen ein paar spannende Einblicke geben konnte.